Zeitlich und wettertechnisch passen wir jetzt ganz gut zu dem Herrn, an dem ich meine nächste Frage zu richten habe. Auch über seinem Kopf ziehen sich langsam die Wolken zusammen. Ja, mein lieber Scheuer-Andi, es ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr her, da hat sich herausgestellt, dass die Maut nicht rechtens ist. Und eigentlich sollte in ein paar Monaten diese Maut ja eingeführt werden. Bis heute haben wir aber noch kein Untersuchungsergebnis und es geht immer noch eine halbe Milliarde flöten. Wahrscheinlich. Wie weit ist denn der Untersuchungsausschuss? Magst du, lieber Andi, nicht eher die Notbrems ziehen und einfach zugeben, was los ist? Ich würde mich darüber freuen, von dir zu hören. Danke! 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 一些 Vielen Dank.